Musik Ein Riesengelände hier, wo kann man eigentlich am allerbesten die Bühne sehen. Lass uns doch mal gucken gehen. Die erste Reihe ist am besten, weil man da mal am besten mitfeiern kann. Ich bin eher auf entspannt, weil ich kriege dann immer so leicht Platzangst, weil ich auch nicht gerade die Größte bin. Das Gute ist auf der Bühne, wir können einfach so nach hinten gehen, da haben wir so unsere Getränke, die anderen müssen dann erstmal zum Bierstand sich anstellen. Es ist halt eben wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht, ob man selber in dem Moment da steht auf der Bühne oder eben sich das von vorne anguckt. Also nun habe ich wirklich den perfekten Platz gefunden. Das sind definitiv die Alfa Romeo Hot Seats. Man ist nah an der Musik, man spürt die Musik. Es gibt Getränke umsonst und es ist einfach super geil hier.